Hi Mädels und herzlich willkommen heute zu unserem neuen Fashion Haul. Und zwar habe ich wieder eine ganz tolle Kollektion für euch zusammengestellt. Und zwar aus unserer aktuellen Basic Kollektion. Sehr schöne Kartosen, Pullover, Strickjacken, einfach tolle Shirts. Also es ist bestimmt für jeden was dabei. Und ja, was soll ich sagen? Ich denke, ich starte einfach gleich. Ihr seht hier schon mal das komplette Outfit. Und dazu kombiniert habe ich jetzt auch mal wieder eine unserer tollen Bauchtaschen. Und zwar ist es die Bauchtasche XXL. Hier in so einem wunderschönen Green Ton. Hat hier zwei Reißverschlüsse. Also ihr seht, da passt ordentlich was rein. Die Farbe ist sowieso sehr, sehr neutral. Also die könnt ihr eigentlich überall dazu kombinieren, möchte ich mal sagen. Ja, dann fange ich auch gleich mit dieser wunderschönen Strickjacken an. Die habe ich euch ja schon in anderen Farben vorgestellt. Und zwar, das ist jetzt auch so, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, so grün-Taube-Ton. Also ich würde sagen mehr Taube. Und passt also auch wunderbar jetzt hier zum Beispiel zu dieser Karpose. Die Jacken sind einfach der Knaller. Die sind mega kuschelig. Es ist ein bisschen Moher drin, aber ich empfinde es jetzt nicht auskratzen, dass muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ansonsten ist es, ich zeige euch mal, einfach mega aktuell. Und zwar hier so schön locker gestrickt einfach. Einfach so, ja, zum drüberwerfen, wenn man gerade jetzt mal in ein Einkaufszenter geht. Oder manchmal ist es ja auch im Büro etwas frischer. Und mit der Jacke, finde ich, ist man einfach gleich top angezogen. Dann komme ich als nächstes hier zu diesem wunderschönen neuen Pullover. Der hat ja wirklich ein bisschen so Glamour dabei. In einem wunderschönen grünen Ton. Der gibt es auch noch in anderen Farben. Hier mit der schönen Schrift, hier ein bisschen so mit diesem Goldtouch. Und ihr seht schon, der Pullover ist einfach mega in der Passform. Hat auch unten das nochmal ein bisschen so abgezackt. Also das Grün finde ich jetzt einfach ganz, ganz besonders toll. Und er passt euch bis zu einer guten Größe 42. Und gerade so diesen lässigen Hosen oder ich kann mir jetzt auch sehr gut so Jeans vorstellen, ist er einfach perfekt. Dann habe ich das nächste Outfit für euch angezogen. Und zwar ist es jetzt das gleiche, ein bisschen so in Kacki-Ton. Kacki geht ja eigentlich auch immer. Und ich habe es jetzt hier mal kombiniert mit so einem schönen Teddy und Braun mit Cognac, auch mit den Schuhen. Finde ich jetzt eigentlich auch mal eine ganz tolle Kombination. Und die tollen Teddy-Taschen, da kommen nächste Woche ganz, ganz viele online. Also wir warten da schon sehnsüchtig auf die Lieferung. Ich denke, dass es morgen kommt und wir das am Wochenende fotografieren können. Also lasst euch auf jeden Fall überraschen. Es kommen jede Menge neue Taschen. Ja, dann zeige ich euch als erstes den tollen Pullover. Und zwar ist es auch wieder ein wunderschöner Pullover bei uns im Shop. Und zwar, ihr seht schon hier mit so Gold und Silber gemacht und hier so ein bisschen Leo. Ist also auch wieder ein ganz tolles Teil. Mega tolle, angenehme, so ja, biskose Qualität nehme ich mal an. Ist jetzt als Pullover gemacht. Gibt es auch in verschiedenen Farmen. Der passt euch bis zu einer kleinen Größe 42 und ist jetzt absolutes Highlight einfach im Herbst. Da passen auch sehr schön unsere Steppjacken drüber. Ist also einfach was Besonderes. Ja, und die Hose, das ist die gleiche, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Und zwar diesmal halt eben in Taki. Ist wieder so schöner Feinkott. Auch die hat man bereits im Shop und war ratzifatzi weg. Und die haben wir jetzt auch nochmal in einer guten Menge aufgestockt für euch. Und wie gesagt, auch noch in anderen Farben. Gleiche Passform. Die Hose passt euch bis zu einer 42, eine gute 42. Hat hier oben wieder eben diesen Gummibump. Zwei Taschen, könnt ihr auch krempeln. Ist also einfach eine Allrounderhose. Was jetzt hier auch sehr gut dazu passt, wenn es jetzt praktisch ein bisschen kuschelig sein soll, ist einfach unsere Teddyfalljacke. Mega kuschelig, einfach ein Träumchen. Ist auch nicht so dick, wie es ausschaut. Hat einen Reißverschluss, passt also auch bis zu einer Größe 42. Gibt es auch in wunderschönen Farben, in schwarz und einem tollen Kämbel. Ist also auch so ein richtiges Wohlfühlteilchen. Und ja, bei den anstehenden kalten Temperaturen kann man das dann einfach auftragen. Ich habe jetzt hier praktisch schon mal so der Kombination den Krimf, aber den Pullover gewählt. Hier mit diesem schönen Glitzer und Leo. Zu der immer noch so der Kakihose. Und super schön dazu passt jetzt finde ich einfach auch mal dieser Hammer Kettigen. Und zwar ist der auch mega, mega kuschelig. Ihr seht schon, hat praktisch so, ja, Leo-Musteln. Mit so einem wunderschönen Kaki-Grün mit diesem Terracotta-Orange. Ist also wirklich eine ganz eine hochwertige Strickjacke. Hat auch wieder ein bisschen Mohair. Also das ist ja einfach kuschelig warm. Wer es kratzt, sollte die Finger davon lassen. Aber ich finde jetzt, man trägt es ja nicht auf der blanken Haar. Man hat ja sowieso immer irgendeine Bluse oder einen Pullover an. Aber diese Jacken hier, wir haben zum Beispiel sehr viel mit Mohair. Wir verkaufen das auch sehr gut. Aber ich sage es halt immer einfach dazu, denn es gibt ja trotzdem so viele empfindliche. Und dann kann man sich die Retouren einfach schon sparen. Ja, ansonsten diese Jacke, die gibt es auch in ganz vielen Farben. Die passen jetzt super zu diesen Korthosen auch. Und ja, ist einfach mal, finde ich jetzt was Schickes und was Besonderes. Ich zeige euch jetzt bloß noch schnell den Pullover. Und zwar mit diesem, ja auch wieder mit diesem Gold hier und Leo, finde ich. Also ganz ganz süß. Also auch hier wieder der Ausschnitt. Und gerade jetzt in dieser Creme-farbige Pullover, der passt ja eigentlich zu ganz vielen Sachen dazu. Der könnt ihr eigentlich zu all unseren Hosen kombinieren. Als nächstes habe ich diesen tollen Leo-Sweater dazu angezogen. Das ist auch einer unserer Highlights im Shop. Und zwar, den findet ihr ja in ganz vielen verschiedenen Farben. Ihr seht schon, das hat ein bisschen so wie so Satin-Optik. Also wunderschön. Hat auch eine ganz tolle Tragequalität. Hat hier diese abgesetzten Bündchen hier mit so nochmal ein bisschen Farbe dabei. Die Sweater sind ein bisschen kürzer geschnitten. Finde ich jetzt gerade hier zum Beispiel zu diesen Korthosen passt das einfach mega schön. Und die Sweater, die passen euch auch bis zu einer kleinen Größe 42. Und ihr seht jetzt hier zu dem Kacke-Outfit einfach nur perfekt. Ich habe festgestellt, ich bin heute ein bisschen unkoordiniert. Ich habe mich dann schon umgezogen. Fällt mir auf, dass ich was vergessen habe. Jetzt mache ich es halt einfach anders, als ich es vorbereitet habe. Solche Tage hat man halt einfach auch. Ich habe jetzt einfach mal diese tolle Strickjacke dazu angezogen. Das ist unsere Christine. Und zwar ist das hier jetzt so schönes Green-Weiß. Also ja eigentlich beige. Und hat ja auch wieder zwei Taschen. Ist auch mega kuschelig. Und durch diese Naht hier praktisch mit diesem beige mit drin. Finde ich passt das einfach super toll zu diesem Outfit dazu. Die Jacke, die findet ihr auch in verschiedenen Farben. Und Strick kann man ja nie genug haben. Denn gerade hier könnt ihr auch wieder super schön die ärmellosen Westen drüberziehen. Was natürlich jetzt im Herbst auch nicht fehlen darf, das sind unsere Basic-Shirt. Denn die mögt ihr ja am liebsten. Und an Streifen kommt man ja eigentlich gar nicht vorbei. Ich habe jetzt hier wieder mal eins gewählt. Hier mit ein bisschen, ja so Gold und ein bisschen so einem Druck. Das sind ja alle irgendwie ein bisschen mit Glitzer. Oder ich habe natürlich auch ganz schlichte. Ihr müsst mal schauen, diese Streifen-Shirts, die gibt es alle in verschiedenen Farben. Und ein bisschen weichen sie auch manchmal von der Größe ab. Also selbst wenn ihr denkt, eins passt euch nicht, passt euch vielleicht ein anderes. Denn manche, die gehen so bis Größe 40. Einzelne gehen bis Größe 42. Aber wir schreiben euch das ja immer dazu, damit ihr einfach immer wisst, wie ihr euch einzuschätzen habt. Und da geben wir uns wirklich Mühe. Denn auch wir möchten natürlich die Retouren so klein wie möglich halten. Und deshalb schreiben wir euch immer die Mausangaben rein und einfach eine Größenempfehlung. Und wenn wir meistens auch schreiben, passt bis Größe 42, dann ist es auch so. Wenn wir sagen bis Größe 40, dann ist es halt nur 40. Dieses Shirt passt euch wahrscheinlich bis zu einer kleinen Größe 42 und sieht jetzt hier zu dieser Korthose einfach auch sportlich aus. Dann komme ich zur letzten Outfit-Kombination für heute. Und zwar habe ich jetzt auch die Hose gewechselt. Das ist jetzt auch eine Korthose, aber ihr seht schon, die hat einen komplett anderen Schnitt. Die hat hier so Leo-Bändchen und hat hier so eingearbeitete Buntfalten. Finde ich jetzt einfach auch einmal sehr leckisch. Hat hinten zwei Taschen, das hatten die anderen gerade nicht. Und das hier ist jetzt ein ganz toller Cognac-Ton. Und ich habe es jetzt mal kombiniert mit unserem weißen Basic-Shirt. Das ist so Baumwoll-Shirt. Also ich finde, das ist jetzt eine ganz tolle Kombination. Und auch ich muss sagen, die Hose, die begeistert mich. Am Anfang habe ich wen geschaut, weil mir gedacht, okay, mit Buntfalten. Aber ich muss sagen, macht eine schöne Figur. Ist eine tolle Hose. Ja, und das tolle Baumwoll-Shirt, das gibt es auch in verschiedenen Farben bei uns im Shop. Das ist jetzt für alle Baumwoll-Liebhaber. Und zwar ist es auch wieder ein mega Oversized-Shirt. Also das passt euch locker fast bis zu einer Größe 44. Ich zeige euch mal. Es ist also wirklich ein sehr schön weit geschnitten. Und wie die Tragequalität, ja, ist einfach Baumwolle. Hat hier auch wieder, wie alle unsere Teile momentan, ein bisschen so Golddruck. Ist also ein tolles Basic-Teil, das ihr auch unter ganz tolle Strickjacken bzw. Sweatshirt-Jacken ziehen könnt. Und das zeige ich euch jetzt. Im Shop haben wir auch diese tolle Sweatshirt-Jacken. Die passt jetzt hier zum Beispiel einfach wie gesucht und gefunden dazu. Hat hier einen Reißverschluss vorne und hat auch die Bündchen nochmal schön abgesetzt. So ein Strick. Und innen ist es also wirklich eine wunderschöne, kuschelige Qualität. Also hat, wie gesagt, auch einen Reißverschluss, um zu machen. Ihr seht schon, es ist dann einfach, ja, wenn man sich gerne ein bisschen einwürmeln mag. Zu der Hose passt es farblich einfach super mit diesem Basic-Shirt. Die Sweatshirt-Jacken, die passen euch bis zu einer kleinen Größe 42, also gute Größe 40. Und ist also ein absolutes Trendteil. Und einfach, ja, wer es einfach gerne gemütlich mag, ist mit dieser Sweatshirt-Jacken, hier mit diesen Kangaroo-Taschen, einfach perfekt gekleidet. Ich habe jetzt auch zu der Hose noch Streifenshirt gewählt, weil ich möchte euch einfach zeigen, dass die einfach zu jedem Look passen. Einfach, wir haben eine tolle Basic-Kollektion. Sieht natürlich genauso schön auch mal zu einer Jeans aus, aber ich wollte euch einfach zeigen, hier auch mit dieser Korthose, hier mit diesen Buntfalten, passt es einfach auch wieder perfekt. Und zum Abschluss ziehe ich jetzt einfach mal noch einen Mantel drüber. Ja, wie gesagt, zum Abschluss einfach nochmal diesen Hammer-Teddy-Mantel. Und zwar in so einem wunderschönen, ja, Wollweiß, Winterweiß, mega kuscheliges, seht ihr schon, das ist einfach ein wunderschönes Teddy. Ist auch innen, er ist jetzt nicht gefüttert, aber er wirkt jetzt eigentlich schon wärmer. Ja, wird jetzt wahrscheinlich keine Daunenjacke ersetzen, aber es ist trotzdem einfach ein kuscheliger Mantel. Und er hat ja auch wieder einen Knopf zum Schließen, dann haben wir ja tolle Schalse einfach noch dazu. Hier wieder zwei seitliche Taschen, einfach für einen lässigen Look. Ja, ich finde einfach, der Mantel gibt es auch noch in Camel. Das sind meine persönlichen Favoriten, denn ihr könnt diese Mantel eigentlich, ja, wirklich überall einfach dazu anziehen. Ja, das war's für heute, Mädels. Ich hoffe, es hat euch was gefallen, es war einfach was dabei für euch. Ihr findet wie immer alles in unserem Online-Shop, in unseren normalen Kategorien, die Neuheiten, was ich euch vorführe, das findet ihr dann auch immer gleich auf der ersten Seite, damit ihr da nicht lange suchen braucht. Ich verlinke euch natürlich auch vieles. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch noch was. Viel Spaß beim Shopping und wir sehen uns, Mädels.